Der Elektro-Block, kurz EBL. Und was tun, wenn dieser ausfällt? Wir haben einen EBL-Block von Schaut und erklären euch kurz die Funktionsweise. Warum ist dieser im Wohnmobil eingebaut? Wo sind die Sicherungen? Und was tun, wenn dieser ausfällt? Sollte dich das Thema interessieren, dann bleib doch einfach dran. Wir sehen uns nach dem Intro. Was also tun, wenn der EBL mal ausfällt durch irgendein Defekt, Überspannung, das Netzteil ist kaputt oder sonst irgendein Riss in der Platine? Also kurz gesagt, der EBL fällt aus, der EBL will nicht mehr. Wenn das im Urlaub passiert, kann man natürlich den Urlaub abbrechen. Jetzt kommt der Punkt, warum? Denn der EBL ist ja das Herz sozusagen von der ganzen Elektronik. Es sind ganz viele Verbraucher an ihm dran. Das ist zum Beispiel die Heizung, also Lüfter von der Heizung läuft rüber. Die Pumpe, Druckpumpe, Tauchpumpe, das Licht geht rüber. Es wird die Starterbatterie bzw. die Bordbatterie hauptsächlich geladen. Die Trittstufe wird über den EBL versorgt. Dann den Kühlschrank, wenn man an Landstrom ist, dann wird der sozusagen automatisch über den EBL-Block gesteuert und läuft dann über Strom. Also ihr seht, es sind ganz viele Verbraucher dran, die dann nicht mehr funktionieren. Deswegen haben Nancy und ich vorab ein Schaut EBL zugelegt und den bei Camping Plus gekauft. Das ist er. Hier haben wir die Anschlüsse für die Batterien hinten und mit dem Karton weg. Und hier die Frontseite. Habt ihr bestimmt schon alle in eurem Wohnmobil auch schon gesehen. So ähnlich sieht er aus, wenn ihr einschaut habt. Hier ist die ganzen Sicherungen belegt und hier die ganzen Blöcke, sozusagen die Stecker, wo dann die verschiedenen Verbraucher angeschlossen sind. Was gibt's noch? Ja, der 241er. Der ist bei uns beim Malibu eingebaut. Ich würde vorschlagen, wir schauen mal kurz rein. Vier Schrauben und schon ist der EBL offen. Mittlerweile gibt es schon den 241er-2, den 251er habe ich schon gesehen und den 252er. Der ist da anscheinend jetzt schon ersetzt worden durch diesen Typen. Ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, wie die Blöcke belegt sind bei den 241er. Ich habe hier von Schaut die Bedienungsanleitung komplett mit der Elektronik, auch Schaltpläne dabei, runtergeladen auf deren Seite. Das findet ihr unter www.schaut.de. Ich mache es unten rein in die Beschreibung. Dann könnt ihr nochmal nachgucken. Hier haben wir die Seite von der Front und von der Rückseite des EBLs. Und da habe ich jetzt bei Block 1 zum Beispiel die Kühlschrankversorgung, bei Block 2 habe ich Multimedia, Radio, bei Block 3 habe ich die Heizung, Lüfter, Heizung. Das muss ja alles elektronisch gesteuert werden. Der Block 4, das ist D+, nochmal Nebensache. Block 5 ist Licht, komplett fürs Wohnmobil. Also ihr seht, alles hängt davon ab. An diesem Gerät geht alles drüber. Und hier noch der Anschluss für das Bedienpanel. Ja, das Bedienpanel, das haben wir jetzt noch nicht. Würden wir uns aber zulegen noch. Das sollte man tun. Also das wollen wir tun. Und weil es bringt ja nichts, wenn das Bedienpanel mal ausfällt und der EBL funktioniert noch. Ohne Bedienpanel keine Funktion oder keine Steuerung des EBLs. Und dazu noch eine Information, wenn das Bedienpanel auch mal nicht gehen sollte, dass irgendwelche Störungen ausfällt, es gibt eine Sicherung in dem Bedienpanel. Das habe ich auch schon gehört. Dann mal ausbauen und nach der Sicherung gucken. Meistens ist es nämlich die Sicherung, die dann defekt ist. Gut, da habe ich es mal noch kurz erwähnt. Wie gesagt, ich verlinke euch die Bedienungsanleitung, den Link. Der sieht nämlich dann auch so aus. Das ist unter Service und Support. Und da geht man da drauf auf die Seite und dann kann man unten den Typ eingeben mit Ladefunktion und ohne Ladefunktion. Und mit Bedienpanel und ohne Bedienpanel. Da könnt ihr reingehen und dann gibt man hier noch die E-Mail-Adresse ein. Und dann schicken die euch einen Link zu. Und dann könnt ihr mit diesem Link euer Schaut EBL Bedienungsanleitung herunterladen. Die Adresse habe ich auch noch von Schaut. Falls es jemand interessiert, die verlinke ich euch aber auch unten rein in die Beschreibung. Ich möchte euch noch zeigen, wo unser EBL bei unserem Malibu verbaut ist. Und dazu gehen wir mal kurz ans Fahrzeug. Und zwar genau hier, unterm Fahrersitz. Da sind auch die ganzen Sicherungen dran. Netzteil für das Ladegerät. Die Anschlüsse für die diversen Geräte wie Kühlschrank, Licht, Trittstufe. Und so sieht das blaue Teil aus. Ja, das war jetzt mal kurz der Einblick bei unserem Malibu. Dann habe ich noch eine kurze Information. Wir haben unseren Schaut EBL über Camping Plus bezogen und gekauft. Zuerst hatten wir das Ganze über Schaut direkt machen wollen. Aber Schaut sagte uns, sie verkaufen nicht an Privatleute. Okay, habe ich gesagt, dann geht her und nennt uns irgendeinen Campingshop, worüber wir den EBL beziehen können. Das haben die auch dann freundlicherweise gemacht. Und ja, das ist dann Camping Plus gewesen in diesem Falle. Weil wir hatten verschiedene Händler angeschrieben und telefoniert. Die konnten aber kein EBL beziehen. Das haben die nicht gemacht. Manche waren da überhaupt nicht in der Lage oder fanden sich einfach nicht bereit dazu. Ja, dann will ich noch dazu sagen, dieser 241er, das war halt auch ein Problem, den zu bekommen. Weil es halt auch ein Exoto ist. Der wird auch gar nicht mehr gebaut oder eingebaut in die Wohnmobile. Es sind die gängigen, die ich jetzt kenne, das sind die 211er. Die 28er, 99er EBL, den 119er und den 101er, also 101er EBL. Das sind noch die gängigen Schaut-EBLs, die noch verbaut werden. Die bekommt man auch sehr gut im Internet. Da gibt es keine Probleme. Und falls ihr einen habt, wie gesagt, der auch so ein Exot sein sollte, dann ruft bei Schaut direkt an oder macht es über Camping Plus. Da werde ich euch dann auch den Link dazu schreiben und die Adresse von Camping Plus auch. Komme ich dann unten in die Kommentare, werde ich die reinschreiben. Ja, das war jetzt unser EBL-Videotipp. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns wieder über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr einen Kommentar bei uns hinterlassen möchtet, dann tut es doch gerne. Wir freuen uns. Vielleicht habt ihr einige Erfahrungen schon gemacht mit eurem EBL und habt auch ein anderes Modell. Das gibt ihr nicht nur Schaut. Wir freuen uns auf einen Daumen nach oben, ein Abonnement. Ja, und in diesem Sinne sehen wir uns bei einem unserer nächsten Videos von TI Tour. Sitzen am Reifen, euer Joe am Mikrofon und am Video. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.